Also zwischen Kärnten und Steiermark, wo ich daheim bin, gehen die Polizisten auf Streife nicht und die Steierer gehen da auf Streife und sagen auf einmal, hallo, schau mal da rein. Was ist das? Sagt der, da hängt ja einer. Sagt der, das gibt's ja nicht, wer soll da hängen? Sagt der, da hängt einer, da hat sich einer aufgehängt. Sagt der, du geh mal ins Auto und hol den Zettel, dass wir da ein Protokoll machen. Dann hat der Sauter gesagt, du, wir haben das Protokoll vergessen. Ich sag, dann nimm mir irgendein Papier, einen Schreiber, dass wir das aufschauen können. Dann sagt, wir haben nicht einmal ein Papier da und Schreiber schon gar keinen. Sagt der, wir müssen ja ein Protokoll machen. Sagt, passt was, Alter, wir knüpfen ihn jetzt ab und hängen ihn um mich nach Kärnten. Dann knüpfen ihn ab, hängen ihn in Kärnten auf. Nächsten Tag gehen die zwei Kärnten da, gehen so spazieren auf einmal. Schau, das Reisloch hängt schon wieder da.